Willkommen zurück zu einer weiteren Folge gonna home ja wir gucken mal Ach nee hier geht's über, oh nee, überall ist es so dunkel. Ach man, warum? X-Ray Specs. Liebe Sam, ich bin so froh, dass du das Bild, okay. Okay, den können wir mal zumachen. Was steht hier Zettel ansehen? Rollmodel. Good Scout, okay. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows, it's like a temporary situation till she strips out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Okay. Jetzt ist die Frage. Kann ich mir beide Seiten anhören? Okay. Nein, kann ich wohl anscheinend nicht. Äh, ja, hier haben wir wieder ein Safe. Boah, es wird nicht besser. Was ist denn das? Dining Green... Ah, okay. Ja, die Kombination hätte ich natürlich gerne. Ja. Ach, ich kann ja wieder nicht sprinten. Leck mich am Arsch, ey. Nein! Ich bin glasrafisch. まず, oh, ich bin glasen. Ich bin glasen. Hier ist jetzt noch ein Deus. Oh. Ich bin glasen. Okay, 19, 5, 7 19, 5 7, falsch 1960 1963 63 Oha Was? Okay Irgendein Öl Irgendwas medizinisches Okay Da liegt auf jeden Fall noch eine Spritze drin, habe ich gesehen Und ein Schlauch Was zur Hölle Gottes Willen Raus hier Ey, das wird ja immer unheimlicher So Jetzt haben wir hier noch den Geheimgang Rumpelkammer Oh weh, du gehst zu Ah Okay Okay Keine Ahnung, wo wir da hinkommen Äh Kellert Gästezimmer Oha Wir gucken erst mal Och ne, schon wieder so eine Kassette Vergesse Vergesse Die Scheiße Hör ich mir doch nicht an, ey Hä Ich weiß die Zeit um ihn zu schätzen, die sie in ihrem Brief Aha Ich weiß die Zeit um ihn zu schätzen, die sie in ihrem Brief Aha Wie sie wird zum Armee Und dann muss sie Lieb über wer sie ist Sie 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 Ich habe Wann Ich glaube Lani Sie 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 WTF Waren das grad für Herzbruchgeräusche WTF Alter legt mich fett Wenn Sie Recht ist eh Captain bla bla Okay Da liegt eine Socke, ernsthaft So, wir gucken Mal ganz kurz hier rein Oder auch nicht, wir gehen den anderen Weg erst einmal Gucken, wo wir hier rauskommen Oh Oh, okay Okay 1, 9, 6, 3 Masons Apotheke 1, 9, 6, 3 Das muss ich mir doch jetzt mal aufschreiben 1, 9, 6, 3 Das ist gerade echt seltsam Das kann dann nur Da hinten irgendwo sein Was? Boah, hör auf zu flackern Ey Ich schwöre, ich krieg schon auch Boah Mann Ey Noch ein Herzkasper Ah, jetzt sind wir hier Okay Shampoo schneiden Einfermendauerwelle Okay, da war jemand beim Friseur Angebot einer Beförderung Mutter den Tag Du gehst, siehst deine Mutter Ein Lehrbuch Okay Präsentiert Blablabla Okay Ich Erste mal zulassen Denn Immer schön hinter ihm Zumachen die Tür Dieser Schädel Ist das coolste Teil Das ich in Mexiko Gefunden habe Und es hat nur Drei Mäuse gekostet Ach, unten Der grüne Das grüne Gedingsbumsteil Oh, da ist auch schon wieder die Tür offen Und nirgendwo geht hier Licht Nein 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 Zumachen Licht Licht Dort Das hat sich jetzt seltsam angehört Boah 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 Oh, mein Gott I had an interesting talk with Mom and Dad tonight When you were never gonna need to have I mean You've known, right? I've known I've known since, like, She-Ra Mom and Dad didn't, I guess But they saw the zine and the stuff on the locker And they were like Is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing I was prepared for them to be mad Or disappointed Or start crying Or something But they were just in denial You're too young to know what you want You and Lonnie are just good friends You just haven't met the right boy It's a phase That's what I didn't see coming That they wouldn't even respect me enough To believe me Well, joke's on them Because they were in for one very long phase Okay Wie's weiter geht, das erfahr mal in der nächsten Folge Bis dahin bleibt entspannt Genießt den Tag Bye bye